Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Was ist das für mich? Sie kommen in meinen Rucksack. 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 Der Hauptstadt. Sie kommen in meinen Rucksack. 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 Vielen Dank. 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 Die Feuerklaue ist hinter ihm her. Alleine... No! ... 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 Lana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Oseram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siegt ein Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Talana erzählte mir von dir und Nessa an den roten Raubzügen. Du hast dir Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Sperrdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher? Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war entrunken wollt. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kajar-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Also, tötete ich ihn. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten, getötet, vermisst. Außerdem war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Awad würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Awad hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Also, du und Talana, ähm... Klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt, in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hierbleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszuregnen. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Die Fäulnis liegt am Ufer, aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Wie hast du's gefunden? Ich hab eine Tenak-Patrouille aus einem Nachbardorf gebraucht. Die brauch ich ganz sicher noch. Danach war's ganz einfach. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestirnt? Ich muss nur eine Wache befragen. Ich wollte mir einen schnappen, wenn er alleine ist. Tja, jetzt hast du uns. Wir kommen näher. Nur noch ein Stück. Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tilnakt. Sie haben das Gefängnis übernommen. Dann haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessadot zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schaue mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Sobald du das Tor öffnest, sind wir an deiner Seite. Wir warten hier, bis du das Tor öffnest. Die Nacht bricht an. Ich sollte wachsam bleiben. Ich sollte das Tor öffnen, bis du das Tor öffnen. Ich sollte das Tor öffnen, bis du das Tor öffnen, bis du das Tor öffnen, bis du das Tor öffnen. Ich muss zum Haupttor und Halana und Amadis reinlassen. Wachsam bleiben. Wie sieht's aus? Hey, Karo und seine Leute warten, es nicht, um es anzugreifen. Alles ruhig da draußen? Alles sicher? Die Rationen sind in letzter Zeit knapp. Wir sollten einen Trupp zum Jagen losschicken. Einer erlebt es. Wenn ich das Haupttor öffnen kann, können Halana und Amadis mir helfen, den Rest zu beseitigen. Ich habe seit einer Woche nichts Richtiges gegessen. Ich muss wachsam bleiben. Ich will meinen Trupp nicht im Stich lassen. Irgendwas zu berichten? Wenn die Brände hier antauchten will, Töne ist sie vorbei. Alle Fischer. Wenn die Brände hier auftaucht. Töne ist es wieder. Auf. Es greift jemand an! Da! Hey! 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 Das hilft. Das ist unser Haus. Wartet, sobald die Luft rein ist. Na los, ihr zwei! Legen wir los! Festnageln! Unterstützung! Jetzt hab ich den! Aufrunde. Aufrunde! Wettbewerben! 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Es ist das? Ich kann die Kerne nehmen, Ainoi. Zwei Kontrollkerne wie bestellt. Danke. Gaia zeigte mir, wie wir sie scannen und alles für den Neustartcode kriegen. Ich gehe zurück zur Basis und fange an. Als ich klein war, hatten wir immer genug zu essen. Die Landgötter versorgten uns und wir feierten sie zu jeder Jahreszeit. Aus diesen Zeiten habe ich schöne Erinnerungen. Glaubst du, wir können sie zurückbringen? Wir schaffen das. Danke, Ainoi. So, braucht vermutlich mehr Zeit mit diesen Kernen. In der Zwischenzeit sollte ich was anderes machen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das war schwierig mal. Tschüss, wie wir da nochmals machen! Du hast, riesig eine Söhne, kleine Säge. Okay. Oh, mach ich. Da war's für heute, was? Ich gucke für heute. Oh, mach es. Oh, machmäßig ist das nur, was ich. Oh, mach. Vielen Dank.